ja hey leute und willkommen zu einem neuen commentary bc2 und zwar die map ist isla innocentes hier als setup habe ich die uzi die leuchtpistole den opc mehr spreng munition meckle munition und fahrzeug wird die sekundärwaffe ja die uzi muss ich sagen ist eigentlich meine zweite wenn ich sogar meine lieblings maschinenpistole durch gefolgt von der pp2000 in der runde hier ja bin ich extrem viele helikopter zum absturz sprich ich bringe sie dazu ich mache es oftmals nicht selber extrem oft war es nämlich so dass ich sie zwar markiert habe aber teamkollege den darunter geholt hat aber wenn stört es weiter es geht ja eigentlich darum dass man selber macht sondern einfach dass das dass das ding tut ja die stats sind nicht wirklich hoch sagen wir so aber eine geile karte aber da kann ich mehr oder weniger auch nichts für weil wie man sieht bin ich ja hier die bänder sprich verteidiger da kann man nicht groß gegner angreifen wenn sie nicht kommen sagen wir es mal so es gäbe auf isla ein posten wo man übelst hart in den spawn der gegner rein knallen kann und die spornrape könnte aber ich will doch verbleiben beim spielen damit auch alle ihren spaß haben nicht nur ich da gibt es leider ein paar die das nicht zu sehen aber was will man machen deshalb gehe ich auch nie irgendwie oben auf den hügel und knall die da oben ab sondern ich bin eigentlich immer hier auf der insel mehr oder weniger kann schon sein dass ich zwischendurch mal ein bisschen auf die andere seite oder so gehe ich weiß das gar nicht mehr aber im großen ganz bin ich immer hier auf der insel nicht so hier hatte ich glück wie man da gesehen hat da hat das blutigen wie so ein bisschen gespritzt aber mich hat sich geholt das ist dieser komische fach denn ich immer noch nicht versteht das ist glaube ich wegen dem lag man trifft ein gegner oder man wird getroffen aber der schuss wird nicht anerkannt kann sagen keine ahnung hier das war mein einziger def übrigens behindert aber was wir machen ja und ich muss sagen bei company es hat schon ist doch schon mein liebstes battlefield von der idee her wäre es eigentlich 21 42 aber das ist in meinen augen nicht ganz ausgereift irgendwie und vor allem es ist halt eher ein ältes battlefield was ja extrem langsam vorangeht und alles gefällt mir bei company doch schon besser und ja bei 3 moment keine ahnung spiel ich überhaupt nicht mehr ich warte bis der nächste patch kommt denn dieses unterdrückungs feature ist einfach zu stark geworden habe ich keinen bock gleich gesagt habe bc2 macht halt immer noch übel spaß und ja dann spiel ich halt das ist sowieso irgendwie denke ich werde auch wenn werden die drei komplett fertig ist ich glaube ich wird das dem pc 2 besser finden aber egal noch kurz was zu der waffe die gut sie ist ja könnte man denken relativ ungenaue waffe aber irgendwie manchmal sieht man es glaube ich auch ich glaube ich sogar mal ein sniper berg oben weg wenn man richtig impuls schießt mit der waffe dann ist die todes genau und sie macht trotzdem relativ viel schaden eigentlich also ich kann die waffe nur weiter empfehlen ich würde ja ich würde die mal benutzen wenn ich an eurer stelle wäre und man braucht irgendwie auch kein rohpunkt visier wie ich finde ich finde das normal wie sie ist eigentlich ganz gut das einzige problem was ich manchmal habe mit der uzi dass ich keine money mehr haben allerdings liegt das glaube ich in dem gameplay hier dran dass ich halt als liebster entfernt probieren zu killen und das ist ja doch meine es ist ja keine sniper aber deshalb ist doch relativ schwierig aber naja dann hatte ich noch eine idee und zwar wollte ich eigentlich meinen kommentieren auch immer mein gameplay ein bisschen ja wie soll ich sagen ein bisschen eigenen stil verleihen denn wenn wir ehrlich sind habe ich überhaupt nichts spezielles irgendwie in den videos also sprich wenn man sich jetzt die großen kommentatoren anguckt die haben alle so ein bisschen die eigene begrüßung die der eigene kommentiert sie hat alles der kommentiert sie habe ich ja schon aber ja wie soll ich sagen ich habe so ein bisschen keine sprüche aber kann man sagen weil die begrüßung von mir ist ja nichts spezielles sagen wir mal so und da hatte ich die idee ich bin ja schweizer und da muss ich auch nicht verstecken oder so und da dachte ich mir ich könnte doch einfach irgendwie die begrüßung am schweizerdeutsch jeweils machen damit man ein bisschen so einen eigenen ja bisschen eigene note drin hat könnt ihr auch mal schreiben wie ihr das findet und ja das wäre eine idee von mir gewesen vielleicht wird dann sogar der video aufruf ein bisschen größer wenn man ein bisschen wiedererkennungswert hat mal gucken hier hatte ich euch auch übeles glück der typ habe nämlich nicht ich gekillt sondern kollege von mir und wenn der nicht gewesen wäre ich wahrscheinlich jedes zweite mal verleckt aber ja zu glück hatte hier ein geiles team dann habe ich übrigens noch ein anderes gameplay aufgenommen am selben tag das war glaube ich die runde davor da hatte ich auch übrigens geile stats das wird auch noch kommt das problem ist die runde gegen 26 minuten und ich nehme jetzt dieses gameplay hier gerade über mittag auf jetzt haben wir was haben jetzt 12 uhr 27 wenn ich das aufnehmen und in circa 60 minuten ist mein essen fertig und da haben wir keine zeit zu jetzt grad wird aber irgendwann kommen dieses 25 minuten gameplay ich muss mir da aber noch ein ordentliches thema raussuchen damit ich dann auch ordentliches labern kann und wenn ihr eine idee habt für ein thema dann könnt ihr das ja mal unterschreiben denn ich habe im moment ehrlich gesagt ein bisschen keine idee mehr was ich für themen denn so ja drüber labern könnte sagen wir es mal so so dann wollte ich ja auch mal was zu der map hier sagen das habe ich glaube ich noch nie ich weiß gar nicht also isla ist mit unter einer meiner lieblings maps in bc2 zusammen mit valparaiso und nelson bay eigentlich das sind so meine drei favorite maps nelson bay einfach weil es hat ja schnee maps liebes geil und dann ist auch nur in der nacht also sie sehen wir auch übelst cool gemacht und das reicht sogar dann ja war paraiso da ist übrigens das andere gameplay da werde ich vielleicht da etwas ein bisschen über erzählen ist einfach auch übelst geil die map und hier isla finde ich einfach extrem weil die map ist nicht zu übertrieben riesig sie ist aber doch sehr groß eigentlich ist allerdings ein bisschen schlangenförmig spricht die gegner können nicht gut hinter einem kommen außer indem sie mit dem heli abspringen oder mit dem boot hinter die insel fahren das ist aber dann doch relativ ja wenn man ein sind gute teamkollegen hat relativ locker abzuwehren sprich man kann hier nicht wirklich gut geräbt werden als verteidiger als angreifer ist daneben das problem dass man es kann und wenn dann das eigene team zu schlecht ist dann ist einfach als angreifer scheiße deshalb spiele ich auf isla ehrlich gesagt lieber als verteidiger was ich auch geil finden der map ist einfach das design das ist ein bisschen zu europäisch behaupten und die hier übrigens geiler heli pilot die fahrzeuge sind alle vertreten sprich es gibt boote es gibt helis es gibt panzer jetzt war von jedem nur ja nicht zu viel nicht zu wenig was ja übrigens geil finde und man kann hier eigentlich mit allen klassen etwas machen sniper weiß doch große felder gibt also kann die offene felder sanität da kannst du stimmt vom zweiten posten an oder als angreifer allgemein übelst cool vorgehen mit heilen und auch killen und allem sturm so da das ja ist auch zu gebrauchen so muss man so weiß nicht allzu viele fahrzeuge gibt aber ja doch irgendwie häuserkämpfer 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 häuserkämpfe und der pionier der ist aber übelst geil um die helis runter zu holen und ja also wir macht die map welches spaß ist doch so ziemlich meine lieblings map eigentlich das aber ehrlich gesagt es gibt ja das gott match da ist dann die map extrem klein von easler das ist so ein bisschen das new town das call of duty in pc 2 sagen wir es mal so und ja abschluss ich weiß nicht das gott match je nachdem ist ganz cool wenn die gegner nicht als gut sind aber naja kann doch sehr frustrieren sein dort naja so die setze hier sind glaube ich 11 11 zu 1 ich habe sogar die älter als pionier geholt was ich ehrlich gesagt sehr selten schaffe aber wenn man es doch mal hinkriegt dann schreibt man die kommentare wie eine idee habt für ein thema für das nächste kommentary und ob wir das gut finden mit der begrüßung da da würde ich mir da noch einer ausdenken aber irgendwas das mal merkt ich bin schweizer schreibt man unten rein wir das findet und idee im thema und so da würde ich mal sagen bis zum nächsten kommentarium wir sehen uns dann abonniere Untertitelung des ZDF, 2020